Musik Musik Und du könntest langsam mal ein bisschen töten hier Also voll brutal so Stirb du Heide Das dauert mir viel zu lang gerade auf Level 15 War man nicht immer nur für weiblich Ich verstehe es nicht Ich meine ich finde Emanzipation ja auch schön und gut Aber ich habe einen männlichen Schau gemacht Ja Yay nochmal 1 Nice Das ist der Zombie Ich glaube ich werde für immer Zombies sagen Weil ich den YouTuber einfach im Kopf habe Ich habe gerade gedacht Er könnte das von da oben gar nicht so gut einsammeln Ich hätte es mal ein bisschen selber Ich will mal so viel Schande mehr machen Oh 9 Oh mein Gott Sie könnte mich töten Ich glaube selber hätte nicht was besser Kann es sein Mal kurz ein bisschen den Sound leise gemacht Ich glaube wirklich selber hinten ist fast besser Kurz am Kopf Am Am Dings kratzen Am An der Stirn war das Ich meine wir haben letztlich sich schon 6 lane Also geht es ein bisschen schneller Kommen wir zumindest so vor Ich fand ich euch nur das nur einbildet Wahrscheinlich Aber ihr kennt mich ja Ihr könnt mich selbst besser sucht Letztes Letztes Leveln Das Philippa Ich bin da alleine Und wenn es sich irgendwie mal gleich ein Solo Fülle sucht Rast dich aus Ich habe bestimmt schon längst Läufend wenn die ein Solo Fülle suchen würden Aber nein Nur elendige Heidenpaare Die greift schnell an und macht dadurch auch mehr Schaden Finde ich jetzt Oder ne doch nicht Halt Vergesst es Das ist dann die spätere die für Level Auch Oder ist das Egal wir nehmen einfach weiter die Die hat ein höheres Level Die ist besser fertig Oh die ist für ein höheres Level Nicht die hat ein höheres Level Habe ich mich gerade ein bisschen versprochen Tut mir leid Verzeiht mir bitte Ich habe gerade gedacht Er hat mich gerade fast ganz tot gedrückt Aber das habe ich mir nur eingebildet Gott sei Dank Kaufe Snowman Boots Warum will der Warum will er der Schneemann sein Ich bin ein Schneemann Yay Noch mehr französische Wölfe hier anscheinend gerade so Voll der epische Satz Genau Das war die bessere Waffe Warum nicht noch ein bisschen lauter Dass man den Ingame Sound gar nicht mehr hört am besten So eine laute Einleitung Wir nehmen glaube ich übrigens doch die Waffe Ich muss den Sound in den Ingame Sound wieder lauter machen Weil die Musik gerade Lauter geworden ist Und da muss ich auch den Ingame Sound lauter machen Dass alles zusammen passt Und ja Lass mich in Ruhe Kekse Hoi Komm wir sind doch bald alle tot Komm das dauert doch nicht mehr lange Ich will zu dir durch den Baum Ich will dich lieb haben Noch einen Hoffe ich Wenn wir brauchen würde Wird mich nerven Na doch der hat mich doch gewittert Sag ich mal Er hat mich gewittert Und folgt mir jetzt Weil ich so gut rieche Wegen meinem Parfüm Ja Ich lege mich auf den Wert Yay Wir haben genügend Hoffe ich zumindest Ich schütze So wie Was sicheres Wie sicheres Wissen Aber naja Hoffen wir einfach mal Voll die epische Musik hier Los Sorry das muss ich manchmal einfach machen wenn du mich so schön an die alten zeiten vom zocken einfach mal das sind die von vorher okay doch wahnsinn super level up nächste quest ist gibt es dann erst mit level 15 da jetzt sind will er 14 ja wo ich sagen gehen wir doch mal zu den letzten mobs das sind jetzt die fähren fähren diesen fähren weit weg fernweg patrick müssen wir mit denen ich mal so weit fliegen nein halt den hier erläuft in ruhe weiter der liebe es zu dir okay du willst du mal kurz eine waffe dazu 0 du fliegst jemandem schon mal hinterher gut diesmal folgt sie ihm auch nicht so wie letztes mal und müssen wir ja gar nicht mal so weit weg ich stecke gleich nebenan sehr viel läuft nicht schon wieder gegen die wand das muss ich immer schön kontrollieren hier sind es auch die krone so das sind sie ja doch ich kann nämlich schon hier eigentlich schon mal tanken wenn der noch mal her läuft hier hört es ja dann ich kann auch schon mal abstellen und die ersten baust verteilen alles läuft gegen die wand gutes zu sehen hier gibt er mal die zwei die vier selbst auch die zwei folgt ihm dann mal und dann hätte ich mal wenn der mich wieder los lässt weil die haben wir so ein fiesen ding ist dass sie dich stannen können lol weil er gerade weg geflogen ist oh giant aber warum denke ich immer jetzt an den giant das nervt irgendwie das nervig muss ich sagen jetzt töte ihn doch kurz geht er mal ein bisschen koordinieren hier jetzt töte die kurz ich weiß er läuft gerade gegen den baum lasst mich in ruhe ich bin gerade beschäftigt so darf man gleich mal direkt hin ohne umweg schon zusammen bei draußen jetzt ist er draußen oder draußen jetzt aber so hier sind noch ein paar gehören ab für fernst du hier geschädigt von ihm rumlaufen so wieder folgen wieder folgen und mit dem dann weiter denken ja doch denken farmen denken 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 nennt dass wir ihr wort freunde da lasse ich euch völlig frei so langsam ist dann kann ich immer weiter denken und wehe ist damit auch nur einmal hier heiden pflanzen darf noch da sind noch welche oder eine oder zwei oder drei oder vier oder fünf vier millionen und zwei epische zahl das sei du müssen reden die joda aus star wars du kennst okay dann jetzt anfangen zu töten da sollte auch mal gebufft werden sehe ich gerade und noch der und noch den und noch den und noch den und noch den dem wieder folgen hier und dann hier weiter hätten wunderschön episch dass man hier auch schneller 15 werden dann dauert es nicht mehr so lange wir sind ja schon 14 noch ein level das ausgesprochen parlem sort erhalten palim palim na ich habe was getrunken mineralwasser scheiße halb 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 Ich bin einfach allein, hab keine Freunde Ich will wahrscheinlich auch niemals Freunde finden Hör mal auf mich dauer zu stammen, bitte Ich möchte wieder weglaufen Ich möchte weiter farmen Danke Jura verstanden, kaufe GLPs Kaufe GLP Wie viel kostet er? Für eine Nacht WTF Ich wüsste, was ich mit ihm für eine Nacht machen würde Let's play es auf dem Himmel, paar Waslinge Ich will gar nicht wissen, was ihr gerade schon wieder gedacht habt Ne, ich würde es gar nicht wissen, ihr braucht es gar nicht zu posten Hört auf, in die Kommentare zu schreiben, jetzt sofort Außer schreibt, was sinnvoll ist, dann macht weiter Oh, bald 15 endlich Vielleicht hat es auch lang genug gedauert Dann gehen wir gleich wieder weg und laben mitgehen, machen dann unseren Job und dann werden nicht auch diese allererste lange Runde von unserem Brückenprojekt Fliff Das wollte ich eigentlich sagen, dass dies monatiges Special bringt, aber dass ich das dann so als Brückenprojekt angebracht habe, habe ich es halt so gemacht Angeboten hat, nicht? Angebracht habe ich es gerade ein bisschen verredet Ich verräte mich dauernd, weil ich ein Noob bin Oh Leute, sogar schon in Tarbin Fruit hießen die Ja So schlechtes Gedächtnis habe ich also doch nicht Gott sei Dank Ausgekratzen Oder unter der Nase Die letzten paar Für die letzten paar Abs Äh, das Spiel mache ich jetzt selbst Na nö, da bin ich zu faul, da kann ich schon noch ein bisschen tanken Komm auf, beweg dich, arbeite Du Heide Leute, die stehen ineinander Nein Den anderen ich anhäten will Oh, da, 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 da Ich bin, ich bin ja freundlich, nicht? Ich bin ja freundlich zu den anderen, deswegen buff ich die auch Ich meine, darf ja auch immer im Let's Play sein Das weiß der, oh, ich weiß es, was soll ich es nicht sagen? Ne, ich weiß es nicht Eigentlich könnte man das ja theoretisch aus dem Namen selbst rauslesen Ähm So, dann kommen wir dann zwei Dings zu schreiben Boah, ich kann doch nicht, ich kann doch noch nicht schreiben, ey So Dann jetzt weiter fallen Können die zwei auch schon nutzen? Nein, aber die sind jetzt gleich in unserem Besitz Töten, 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 töten Ach ja, ich finde es so schön, wenn ich die alle so gechillt ermorden kann Das ist doch ein schönes Absolut für Level 15 Das ist doch ein schönes Absolut für Level 15 Hat von der Fossilation nicht Okay Oh, da ist schon noch einer. Mich hat gar nicht so richtig wahrgenommen. Oh, Moonwalk Rind von 90 ist abgestürzt. Ja, guck, wir brauchen sie eigentlich sowieso nicht mehr. Sie ist abgestürzt, wir brauchen sie sowieso nicht mehr. Nee, echt nicht. Ich habe ja genau den Buffs auch und ich bin ja sowieso bei 15. Dass sich Flift beendet, darf mit jedem. Darf mit jedem, ähm, schau was hinaus mit CDHP, denn mit dem wäre es als einziges ungünstig. Weil der, wo aufnimmt, sollte aus dem, ähm, in dem Fenster, sollte eventuell schon an sein. Wäre, denke ich schon irgendwie von Vorteil, wenn man das sieht, was da passiert. Zumal ich wahrscheinlich gar nicht so schnell switchen könnte, um das irgendwie synchron zu kriegen. Und ich meine, es ist ja sowieso sinnlos, weil ich ja dann nicht mit dem anderen, was ich weiterspielen würde oder so. Also, ich würde dann mit dem einen wieder einloggen, weil ja der, so gesehen, der ist da, das Let's Places ist. Ich rede mir das schon ein bisschen so, als hätten sie Leben in sich, ne? Die leben ja auch. Sagten alle WoW-Suppties. WoW übrigens ein Gamma, die sich auch leider, oder Gott sei Dank leider, kann man so sehen, wie man wirklich gezockt hat. Weil es einfach zu eurem Monaco, äh, oder 16 oder 12, wie viel das war im Monat kosten. Ich habe keinen Bock für ein MMO-Geld aufzugeben, wenn ich hier zum Beispiel auch ein MMO-M kostenlos zocken kann. Ich habe zwar mal einen MMP-Server irgendwie runtergeladen und sowas, aber es hat irgendwie nicht so funktioniert, wie es sollte. Und daher habe ich das dann doch gelassen. Wir sind gleich Level 15, das ist dann episch und alle sind glücklich. Und dann machen wir noch kurz die Job-Quest und dann war das doch nicht deutlich längere Achtung, das ist schon als ich dachte. Aber das haben wir dann jetzt da, das haben wir ja für ehe zwei Wochen, haben wir das dann zwei Stunden. Sind da vorhin ja doch, Level 15 instant, geh weg, ich weiß, was ich jetzt machen kann, lass mich in Ruhe.